Leo, was gibt es? Ich habe eine App, die auch sicher schon mal in den Pics Platz gefunden hat, garantiert sogar, namens HealthFit, eine iPhone-App. Die hat sich, glaube ich, sogar schon mehrfach in den Pics Erwähnung gefunden. Ich habe die ja auch schon seit sehr langer Zeit in Einsatz. Die war ursprünglich so der Klassiker oder einer der Klassiker, wenn du halt Daten von der Apple Watch, also Fitness, Gesundheits, Trainingsdaten von der Apple Watch, vor allem Trainingsdaten, von der Apple Watch halt in andere Dienste bringen wolltest. Und weil die halt, ja, kannst du halt hochladen, kannst du ja auch irgendwie als GPX-Dateien auf Dropbox rausfallen lassen oder halt zu den klassischen Diensten, ob Strava oder sonst irgendwas, die diese Trainingsdinge halt exportieren, was ja die Apple Watch immer noch von Haus aus nicht wirklich vorsieht. Also das war ja das, ist so eins dieser Allzweck-Tools, um da Zeug hin und her zu schieben. Aber die, oder der, ich glaube, das ist auch nur ein Einzelentwickler, der hat sich jetzt in den letzten, ja, schon längeren Monaten auch da drauf verlagert, natürlich mit diesen gesammelten Daten auch noch so eine Auswertungsebene drüber zu schieben, was halt sowohl sportspezifisch angeht, aber auch die Gesundheitskomponente. Also du kriegst einen ganzen Berg. Timo, du hast das, glaube ich, auch mal gepickt für spezifische, für spezifische Widgets, oder? Und spezifische Auswertungen von Sachen. Ja genau, der hat nämlich so eine sehr, der hat eine Kategorie, die ich sonst nirgendwo richtig gefunden habe, nämlich so Active Energy from Workouts. Das heißt, der zählt dir deine Active Energy von allen Workouts, die du auf der Watch getrackt hast, zählt dir die raus. Und das zeigt sich jetzt auch nach einiger Zeit, seit ich die Watch habe, zeigt es sich auch sehr gut über die Jahresverläufe. Das heißt, du hast halt so drei Kurven übereinander gestapelt, wo du halt siehst, wann du in welchen Jahren wie viel davon gemacht hast und so. Also das ist ganz cool. Der hat jetzt auch neu so eine Workout Heatmap hier drin stehen. Also diese Vergleichscharts über letzter Zeitraum und aktueller Zeitraum, also dieses Jahr, letztes Jahr oder sowas, wo dann übereinander gelegt ist, was du da gemacht hast. Das ist hier, glaube ich, relativ unique, so aus der Auswertung von der Health-Datenbank. Und ansonsten hast du hier auch, was ganz hübsch ist, wenn du so ein Outdoor-Walk hast oder sowas, hast du hier eine viel genauere Ansicht über ein Workout, als was es dir die Apple eigene App anbietet. Du hast nämlich wirklich alle Werte nochmal drin und hast deine, es ist ein bisschen eine andere Ansicht, als jetzt Apple Health macht, aber halt noch viel genauer mit allen Daten, die da wirklich drinstehen. Das ist ganz cool. Ja, das stimmt. Diese Detailansicht, die hat er extrem erweitert im Laufe der Zeit. Also das ist, wer da nochmal tiefer Einblick nehmen möchte. Ich meine, das ist auch immer so, die Frage ist halt, an welchem Punkt holst du halt noch irgendwas dann aus den Daten raus. Aber es ist halt die Möglichkeit zu haben, das wirklich alles auszulesen, was ja alles erfasst wird letztlich, ist schon faszinierend und ist natürlich extrem praktisch. Plus halt dann die Aufbereitung und die verschiedenen Widgets, du hast einen ganzen Berg an Widgets, die du dir natürlich auch auf dem Homescreen legen kannst und dir da halt den Wert oder bestimmte Werte, die du halt gerne im Blick, im Widget-Blick behalten willst, da halt sehr schön drauf bekommst. Und er hat halt jetzt auch, gibt es jetzt auch, glaube ich, schon seit ein paar Monaten, das ist auch nicht mehr ganz neu, diesen Basis, das ist so ein Basiswert, der nennt sich irgendwie Training Stress Balance. Das soll dir praktisch zeigen, also der berücksichtigt halt, wie hart das Training war und wie groß deine Ermüdung ist und das halt auf so einer Zeitkurve betrachtet und dann kriegst du halt diesen TSB-Wert raus, der dir, ja, also ich glaube, auf Deutsch ist es hier als Form übersetzt. Also du hast irgendwie Fitness, deinen Fitnesswert, du hast einen Ermüdungswert von dem aktuellen Training oder von der Härte und der Anstrengung des aktuellen Trainings und hast dann einen Formwert, der sich halt aus diesen beiden Werten ergibt und du kriegst dann so eine schöne Leiste und das kannst du zum Beispiel auch als Widget anlegen und hast da einen relativ guten zusätzlichen Einblick, was dein Training gerade mit dir macht letztlich. Also ich meine, trainierst du irgendwie zu hart oder trainierst du zu wenig, um halt irgendwie eine Änderung zu erreichen und wie ist halt die Ermüdung sozusagen. Also du hast einen zusätzlichen Wert, was halt interessant ist, sich mit anderen Tools wie halt zum Beispiel Athletics oder so im Kontext halt von der Herzfrequenzvariabilität anzuschauen, um zu sehen, wie halt dein Körper auf Training langfristig reagiert. Und ich bin auch jemand, der halt eigentlich ohne Trainingsplan und allen Krempel trainiert, aber das halt so sowieso aufbereitet zu bekommen. Es gibt auch die klassischen Tools, Trainingspeaks und so, so die großen Tools, die halt darauf ausgelegt sind, dass du irgendwie nach einem Trainingsplan trainierst, dass du eventuell sogar einen Trainer hast, der dir halt diesen Trainingsplan zusammenstellt und halt spezifisch auf deinen Anspruch da eingeht und deine Trainingsziele irgendwie hilft dir, deine Trainingsziele zu erreichen. Das ist so eine Welt, in der ich mich auch nicht wirklich bewege, aber ich finde es halt extrem spannend, diese Daten, die die Watch halt sowieso oder die halt Health sowieso auf dem iPhone sammelt, die halt ausgewertet zu bekommen. Und dazu gehört halt dieses Element, was alles in Healthfit eingeflossen ist. Also Trainingsbelastung, dann dieser TSB-Wert, der halt dir so ein bisschen sagt, bist du halt irgendwie übertrainiert oder bist du untertrainiert, sodass du keine Fortschritte siehst. Oder halt ansonsten, wenn du übertrainierst, halt irgendwie Verletzungsrisiko halt steigt oder du halt einfach zu fertig bist, um irgendwie in der Form weiter zu trainieren. Da gibt es dann irgendwie noch andere Werte, Trainingsmonotonie und Trainingsmüdigkeit. Muss man sich jeweils halt immer einlesen, um zu sehen, was bedeutet der Wert und was kannst du halt da für Erkenntnisse draus ziehen. Viele von den Details musste ich auch nochmal nachlesen, weil ich stecke in dieser Sport-Trainingsliteratur, stecke ich auch nicht wirklich tief drin. Wie ist denn deine Eddington-Zahl? Genau, meine Eddington-Zahl, die vergesse ich zum Beispiel auch immer, was die bedeutet, die Eddington-Zahl. Ich weiß auch lustigerweise nicht, was meine Eddington-Zahl ist. Das müsste ja da drin stehen. Ja, das steht auf jeden Fall irgendwo drin. Also eine Eddington-Zahl ist definiert als die Höchstzahl E, die der Radfahrer E-Meilen am Tag an E-Tagen gefahren ist. Also 70 würde heißen, dass du wenigstens 70 Kilometer an einem Tag an 70 Gelegenheiten gefahren bist. Ja, aber was, ich bin bei der Eddington-Nummer bin ich noch nicht ganz 100 Prozent hinterhergekommen, muss ich sagen, weil was... Sagen wir mal so, wie viel hast du und dann sage ich dir, wie viel ich habe. Okay, wo hast du die gerade gefunden? Weil ich finde sie komisch. Unter Statistiken habe ich die? Ach, da müsste sie irgendwo da... Und dann klappst du irgendwie, ich habe All-Time gerade ausgeklappt. Ah, ja, ja, das ist weiter unten. Ja, ja, Moment, da irgendwo in... Ah, Eddington, 103. Okay, das heißt, du hast an mindestens 103 Tagen mindestens 103 Kilometer gefahren. Ja, das ist Kilometer, also es gibt, mein Miles sind es 74, 103. An 103 Tagen 103 Kilometer. Ich habe 11. Ah, da steht es unten nochmal an 100... Okay, also Eddington ist aber auch spezifisch Radfahren, oder? Das ist ja nur Radfahren. Aber mache ich nicht. Sie müssen noch dreimal mindestens 104 Kilometer Rad fahren, um ihre Eddington-Nummer auf 104 zu bringen. Ja. Okay, da weiß ich ja jetzt, was ich demnächst mache. Die Eddington-Zahl von Herrn Eddington war nur 84, den hast du schon geschlagen. Dieser Herr Eddington? Der war so Physiker, so Astrophysiker. Ich werde mal lieber Rennradfahrer werden. Ah ja, das ist interessant. Die Eddington-Nummer, ich konnte mir das nie merken, was die genau bedeutet und wie das genau funktioniert. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, gerade im Moment kapiert. Meine ist 5, aber das stimmt nicht, weil das besteht halt aus Indoor-Cross-Trainer, was ich als Rad im Apple Fitness geklickt habe, weil das ein Apple Fitness Plus-Workout war. Länger sind die dann nicht. Ja, ja, ja. Ja, klar. Wäre aber auch sonst nicht über 5. Ja, okay. Ja, gut. Ja, gut. Es sind ernsthaft spannende Zahlen, die da drinstehen. Also auch gerade diese Workouts, die Verteilung über die Jahre. Oder ja, ich habe seit 2017 die erfasst, logischerweise in Health erfasst oder 2016 sogar. Aber ich sehe zum Beispiel 2021 erfolgreichstes Sportjahr. Am meisten Workouts, meistens Active Energy und so weiter. Dieses Jahr komme ich da nicht ran. Ich muss mich auf jeden Fall steigern. Weil das Jahr ist halb rum. Ja, das ist interessant. Also solche Sachen sind, also diese All-Time-Sachen sind zum Beispiel ernsthaft so ein bisschen interessant. Ja, das ist interessant. Wobei, also da würde, bei manchen Werten bin ich, wäre ich vorsichtig, weil natürlich Health auch manchmal ein bisschen Probleme hat, auseinander zu klamüsern. Also gerade wenn du jetzt irgendwie zwischen verschiedenen Geräten auch hin und her oder verschiedenen Apps, die halt dein Zeug in die Health-Datenbank schreiben, dann kann es auch sein, dass die in der Auswertung, dass mal was doppelt gezählt wird oder so. Ich habe es mal irgendwo gesehen. Ich hatte so ein paar Ausreißer drin, die einfach keinen Sinn ergaben von irgendwie Längenangaben und zurückgelegten Strecken, die einfach Quatsch waren. Und da waren, müssen einfach Doppelungen in der Health-Datenbank oder irgendein Bug, der, ich weiß nicht auch an welch, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt an Health-Fit lag, sondern es kann einfach beim Schreiben in Apple Health schon aufgetreten sein oder so. Da hast du dann irgendwie mal ein Training dann doppelt drin und irgendwie landest dann halt auch doppelt dann in einer anderen App. Und das ist natürlich dann blöd, weil das verzieht natürlich die ganze Statistik. Ja, weil wenn du näher reinschaust, ist 2021 mein Fitnessjahr, weil ich so viel gelaufen bin, weil nicht gerannt. Also da musst du, weißt du, da, ich habe, wenn ich jetzt nämlich unter Runnings gehe, wo war das jetzt hier noch? Was ist das? Da, Runnings. Ich bin jetzt schon mit Abstand mehr Kilometer gelaufen als in 2021 gesamt. Ah. Ja, weil das wollte ich dich, das wäre nämlich das Nächste gewesen, was ich dich gefragt hätte, weil es hätte mich nämlich gewundert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Deshalb, weil ich sehe ja auch dann, dass du, ich rechne das nicht zusammen, aber ich merke ja auch, dass du mehr rennst als irgendwie. So periosphäre nimmt man das so ein bisschen wahr. Ob du jetzt mehr als 2021 ran, das hätte ich dir jetzt natürlich nicht sagen können. Ja, aber es ist eine lustige Kurve. Ah, jetzt sieht man es, ja. Ja, 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 okay. Genau diese Kurven, die finde ich ganz aufschlussreich. Ja, die sind ganz lustig. Ja, die sind interessant. Wie gesagt, ich habe halt die Hoffnung, dass die Daten irgendwie nicht allzu konfus sind. Ja, und die sind auch ein bisschen, also ich trage die Watch nicht die ganze Zeit und deswegen sind halt die Daten auch so ein bisschen verfälscht, weil ich sie halt nur bei Aktivität anziehe oder wenn ich außer Haus gehe. Weil zum Beispiel auch die Watch sehr praktisch ist, um keine Abzweigungen mit Apple Maps im Auto zu verpassen, weil er dich antippt und ich das Gequatsche nicht haben möchte. Und deswegen sind manche Werte halt einfach falsch oder der bekommt nicht genug von meinem Tag mit, um das dann richtig einzutragen. Ja, 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 das setzt schon voraus, dass du die Uhr eigentlich halt nonstop trägst. Also ja, zumindest wenn du halt irgendwie wirklich einen Berg an Daten sammeln möchtest. Ja, kostet Fünfer und ist kein Abo-Modell und hat aber die Möglichkeit, noch mehr Geld einzuwerfen, wenn du spenden möchtest, sozusagen in der App. Also als Basis, wenn man eine Apple Watch hat und sowieso auch Daten gern mal da rausschickt, woanders sind, dafür lohnt es sich eigentlich schon, die zu kaufen. Und wenn man dann jetzt zusätzlich halt noch ein bisschen, noch eine andere Art von, es ist halt wirklich lustig, dass es inzwischen jetzt so ein paar Apps gibt, die halt mit deinen Health-Daten noch mehr machen und einfach interessant andere Einblicke da rausziehen können, als halt die Basissachen, die du in Apple Health selbst halt nachschlagen kannst. Und genau, da gehört halt Athletics, das ich immer noch gerne nutze, dazu und auch eben Health-Fit definitiv, wenn man den Interesse an diesen Werten hat. Jo, gut. Du kannst jetzt auch Freunde einladen und so, kannst du zusammen irgendwie, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Jo, gut. Könnten wir mal machen.